Bei mir tut er nichts. Was denn los? LOL. Du schießt so, als hättest du die Animation. Nee, ich hab bei mir keine Animation. Der Hammer ist ganz normal in meiner Hand. Warte mal, ich geb dir mal einen anderen Hammer. Geh mir mal rein. Äh... Nee. Nö. 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 LOL. Ah, warte, hab ich vielleicht Animationen aus. Äh, kann ich das überhaupt aufstellen? Ja, ist bei... Mehrspiele einstellen. Äh, auf Video-Settings und dann unter... Ähm, der Performance. Ich hab kein Optif ein. Ja, ich glaube, du wirst das... Maximale FPS stehen. Ja. Und da drunter. Gehbewegungen. Ja. Die sind bei mir an. Ja. Und dann müssen wir irgendwie verpacken. Ja, ich hab' die Leute... Ja. Ja. Ja, ich hab' die Leute weg. Wenn ich jetzt anziehe... Dann... Hä? Ich kann mit dem nur ganz normal schlagen. So. Der zieht dann auch so viel Herzen ab oder so, glaube ich. Bei mir macht der nichts. Mach ich bei dir wenig die Animation? Ja, natürlich mach ich bei dir die Animation. Oder du bei mir. LOL. Ich verstehe es aber nicht. Aber... Hmm... Ja, mein Crossbow ist jetzt auch cool. Und du schreit nach, gerne. Ah, Nacht, schlafen. Hmm, wirklich so, die... Oh, beide wurden dreimal. Und erstaunlicherweise immer von... Ja, vom Skelettern und einmal von dir. Ja, wie, einmal von mir. Äh, immer vom Skelett. Achso, du. Ja, bei dir. Und zwar vom Skelett, ich bin immer vom Skelett gestorben. Ja, und ich wurde von dir getötet. Ja, einmal auf den Weg. Oh, was mach ich denn? Sind wir mal die Aufnahmesession ab... Äh, nicht abbrechen, sondern... ...beenden? Können wir machen. Vielleicht machen wir ja einen kleinen Weinen oder so. Piii. Rennen wir doch mal nicht rein, du voll Idiot. Ich hab eineinhalb Herzen. Die ist mir auch voll cool. Ähm... Und dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder. Und wir sagen so lange tschüss, äh, bis zum nächsten Mal. Und... Was? Ich hab' mal wieder dran. Ja! Äh! Hm... Also, vielen Dank, was du schon, für diese Aufnahme sind. Und wir sagen, wie gerade schon gesagt, bis zum nächsten Mal. Tschüss und, ja. Patti sagt, ich glaube noch was. Ja, tschüss. Okay, tschüss. Willkommen zu einer weiteren Aufnahme. Take it light. Hier mit dem xxho... ...ho... ...messendes. Das heißt, es muss auch so gut sein. Wie, das heißt, ich kann mein Name nicht schämen, weil ich in der 5 bin. Da steht, Xabax. 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 Ja, okay, das reicht jetzt, äh. Ja, okay, das ist es reicht jetzt sehr. Mitarbeiten natürlich, würde Betti. Ich bin mal hier. Wir banken auf. Es. 5 Frau. Hier. Hier. Wunderbar, lustig ist. Er kann mich nicht schlagen. wenn ich mich selber bewege, kannst du mich schlagen also ihr seht, ihr könnt, ihr könnt es reicht nein, nein, Alter was, der Weapon? ich glaube, kann es sein, dass ich bei dir gar nicht existiere doch du wirst du, das ist ja muss man essen? ja, an der Kiste ich habe nicht gesehen oh mein Gott das war bei mir in der Kiste ok kein Kommentar ich bin gar nicht drauf, muss essen muss essen, ich glaube, wir müssen essen fahren, na warte, der Server lief doch eh durchgehend ja was heißt, da unten ist jetzt alles angeboten so was ist aber nicht so, ja, das Essen gut unterwegs ist unterwegs ist nur wenn wir auf dem Service sind äh, es kann gut möglich sein, dass es nicht gewachsen ist ich weiß nicht so, aber eine Query läuft ja weiter, weißt? nein, nur ein Scherpauber oh, jetzt habe ich das Feld kaputt gemacht wisse, das ist nicht alles vom Feld ausgewachsen, nein warum kommt es auch gerade daher, oder was? hier gerade noch beschloss also, ich habe jetzt auch die Feinrichter, wo aber ich freue mich, ups, das war noch nicht fertig ich habe ein bisschen Essen für dich, Peli ich mag mein Kursburg oh, ja ich lieb'n aber nicht das war auch so mehr, ich wollte damit alle vierche äh, Peli hat vorgeschlagen, dass wir heute mal anfangen mit zu Energie mit den ersten, Energieformen mit den ersten Maschinen Maschinen und da habe ich äh, eindeutig nicht zugestimmt das gleiche zu gesagt nachher stimmt das ist etwa nicht ein, nicht einstimmig, so also Peli hat was vorgeschlagen, aber ich habe nicht zugestimmt, deshalb machen wir es jetzt oh Gott so, ich spring bis in Essen für dich wo haben wir auch so schnell Gravel abbauen nicht, warte Mann aber nicht kaputt machen kann man fackeln nicht kaputt machen? ey, ich kann nicht mehr aufladen was kannst du? kann ich nicht mehr aufladen noch als erst da ich habe nicht gewählt, wenn ich fackeln fackeln kaputt machen es geht nicht es geht nicht da hast du jetzt zugeschmissen essen essen ich habe mich vor dem Menschen ich habe mich vor dem Menschen ich habe mich vor dem Menschen ich habe mich vor dem Kattenhausofen geholt aha ich hatte so noch ein Brot und das hat mir nicht gereicht und so, dann wird immer sein, fangen wir an mit einem Geo-Termal-Generator, oder? das muss man ganz normalen Generator bauen, ne? und was ist denn der Unterschied zwischen einem Generator und einem Geo-Termal-Generator? äh, ich glaube Geo-Termal-Generator mit äh, Lava mit Lava, ja wir bauen mal wir bauen mal wir bauen mal Generator bauen hm? wir müssen eh man Generator bauen wir brauchen Rubber ja und wir haben kein Rubber wir haben aber Rubber-Tree-Sapplings er bringt nichts warum aus den Kanzler-Holzkohle machen wenn die Brennst wenn die Brennstricht-Holzkohle groß so ist es nicht so ab und lange Rappel-Tree-Sapplings ja, was das ist jetzt ist es nicht mehr zu nehmen von den großen Bauern von den Weg nach dem n 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 5 0 n n n n n n n n wo?- eine Batterie ein Brombo Cable in der Brombo Ruppe Prozent das war so wie mit mehr Spalte der Werkzeugmann was er ist so wie es dann muss ich sage ich über den Brot ja das kann schon machen von der Nähe relativ gut weisen wo Gott ich muss klicken zu ungewohnt ob sie vorgesehen sind bei dem Alter zocken